Bist du hier schon? Entschuldige, ich bin noch gar nicht zum Anziehen gekommen. Willst du einen Kaffee? Äh, nein, danke. Ach komm, ich werf die Maschine an. Hier, das ist Dänemark, Marokko, Türkei. Wir sind schon viel rumgekommen. Ach komm, gib her. Ich bring dir das ab und bring's rauf. Hilfst du mir schnell? Entschuldige. Was macht eigentlich der Prosecco, Mann? Aber wir packen's immer wieder. Ich liebe ihn. Ich wollte nie mit jemand anders... Ein guter Vater. Ich weiß, das klingt nicht besonders sexy. Morgen um fünf geht's los. Komm doch auch. Dankeschön. Heute mal bei mir. Wei Since then, wenn du jetzt her da warst. Das geht nicht so ganz klar. Jürgen Kassé, ich bin da. Ich bin da. Vielen Dank.